Wenn ich auf russiangayporn.com gehe, kommt Date4Sex. Ich blick einfach mal drauf. Und tschüss Niveau. Ihr bringt das Niveau jede Nacht zum Weinen. Warte, warte, kann mal einer grad die Uhrzeit... Ja, Leid, hast du ne Uhr, wie lange wir aufnehmen? Ja, viel zu lang. 5 Minuten. Wir nehmen jetzt seit 1 Stunde 17. Ok, 1 Stunde 17, das schreib ich mir jetzt auf. Da muss ich nen schwarzen Balken über die Seite machen, die ich grad aufgerufen hab. Ich glaub Steambrowser wird mit aufgenommen, oder? Unter Umständen, je nach Spiel, warte mal, bei mir wird... Also in Arma wird's aufgenommen. Boah, mir ist grad so warm, warte. Ja, bei mir wird das Ding auch aufgenommen. Das ist ein Overlay vom Steamherst, ja, wird's aufgenommen. Ne, ne, ne. Da ist jemand gestorben? Leid. So, wieder da. Thomas? Ja? Darf ich dich anal penetrieren? Also wer auch immer unten ist, der hat grad Leid getötet. Unten? Wie kriegt man dieses Ding wieder nach oben gefahren? Einfach den grad von der Wand drücken. Äh, du musst das Bild hier... Da ist kein... Da ist kein... Hier, hier ist das Bild, musst du, weißt du? So. Und jetzt... Steh ich drauf, steh ich drauf. Ich freu mich schon, wenn ich das ganze gleich rendern darf. Mit dieser kack Freeware, die mein PC komplett auslastet. Weil man mit Shadowplay nicht in Premiere rendern kann. Ich raste aus. Conrail, geh weg. Der ist da unten. Weiß nicht, hier ist Toasty. Ja, hi. Hi. Geh mal, geh mal bitte weg. Ja, ich will da hin. Oder? Ja, dann geh da hin. Hey, was scherzt du grad auf mich geschossen? Was ist das, Junge? Ey, das muss gleich werden. Ja? Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Und dann werden sie schwanger. Toasty hab ich angeschossen. Jetzt hab ich... Das war kein Zufall. Das war ein Zufall. Ich bin Detective. Wer schießt da oben? Ich hab Toasty getötet. Ich bin Detective, du Spaß. Was? Voller Apokalypse, ey. Hey, Moment mal, Vincent. Du warst kein Traitor? Traitor 1 gekillt. Oh, Mann. Bitte sagt das Toasty auch. Boah. Oh, Mann. Ich hab grad zwei Traitor gekillt. Random killt doch nicht immer die Personen, die aufnehmen. Was geht denn bei euch? Wie dumm seid ihr eigentlich? Ich bin am Leben geblieben, aber ich wurde angegriffen. Ich mein, ich hab nichts dagegen, wenn ihr Traitor seid. Aber bitte doch nicht als Inno. Das geht denn bei euch. Übrigens, das kriegt ihr alles als Minus-Karma, ne? Das zählt trotzdem. Das erkennt das Spiel. Ich hab Karma von 1.100 Leid. Ich bin ein sehr fairer Spieler. Ja, Winnie hat nur noch 840. Nur, frag dich mal, was du falsch machst, Vincent. Pairox, geh weg. Achso, am Ende der Runde. Das zählt auch noch, oder? Boah, wär ich jetzt Traitor, ne? Ne, du, am Ende der Runde zählt nicht. Der ist bisschen kackiger, ne? Weg hier alle, weg! Ich weiß nur, dass ich mich keinem Stück bewegt werde. Ich weiß nur, dass ich Detective bin. Leid! Leid! Alter, warum schluckst du nicht, du Sau? Alter, ich bin jetzt grad schon abgekackt, aber auch. Wer ist grad wo gestorben? Oh, fuck. Warte, vier Leute sind schon confirmed death? Was ist passiert? Ja, Leid hat mich alle umgebracht. Ich konnte nie widerstehen. Okay, Paddy, Winnie, Gonrell und Bioazard sind noch übrig. Ich glaub, also entweder ich bin 100% innocent. Ich glaub, also Vincent, weil Vincent hast du wenig gesagt. Was? Ich töte dich jetzt. Also ich hab mitgeholfen, Leid zu töten. Er wollte mich töten. Und ja, ich glaub, entweder Winnie oder Bio. Das würd ich jetzt auch sagen, wenn ich Traitor wäre. Ja, von mir aus. Also ich weiß, dass... Wurde einer von einer Sniper getötet? Nein. Der wurde alle von Leid umgebracht. Das ist das Problem. Ach so. Ich töte jetzt einfach. Scheiß doch, Alter. Ich töte ihn jetzt einfach. Nein! Nicht mich. Nicht? Dann ist es Winnie. Wo ist Winnie? Na gut, da vertraue ich dir. Wo ist Winnie? Er hat nicht zurückgeschossen. Warte mal. Winnie ist unten. Er muss Traitor sein. Also gehen wir runter. Ja, du kannst ja schon mal auf ein paar Fässer gefasst machen. So weißt du. Na super, ich freu mich schon. Wer geht vor? Ich bin Detective. Ich befehle, dass der mit dem wenigsten Leben vorgeht. So, Bajo. Bajo, du bist vor. Bajo, du bist vor. Mit der Sniper. Bis vor. Wo geht's überhaupt? Hey, wo geht's denn? Wir haben uns zu dieser Zahlfasskanz. Hey, hier geht's lang. So, hier und hier. Wo ist hier? Ja, also ich bin am Aufzug. Ja, wir sind hier gerade keine Ahnung wo. Bei dem Rauch mit den Leichen schon wieder. Ja, du bist zum Begang. Und dann hier? Wie würde ich mich auskennen hier? Du, Schöööööö. Hier, warte, warte, okay ich mach auf. Auf geht's. Suizidkommando 301. Geht direkt an die Seite, dass ihr euch nicht abschießt kann aus Range. Also rechts, einer hinter die Wand und der andere links hinter die Wand. Ich hol's wieder hoch und komm herunter. GONREL Ja, meine Schreibweise ist lustig. Was? Nein, GONREL. Ja. Das war gerade echt im Hut auf meinem Aufnahmenhaus. GONREL ist ein Random-Killer. Halt die Fresse. Tote reden nicht. Ich bin ein Zombie. Ich bin ein Zombie. Bist du nicht. Bist du nicht. GONREL. Wincent schießt auf mich. Wie sagt er was, Vinny? Ey, Vinny, du bist so ein Zombie. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Das hat so verdient, dass du gerade gestorben bist. Ist einfach so. Mann, Vincent, hättest du mal was draus gemacht. Ich hab einfach irgendwie die Hälfte gekillt oder so. Ja. Also eigentlich hab ich nur zwei gekillt und dann meinte irgendeiner noch den anderen killen zu müssen. Warum auch immer. Ja, ich hab die Leid getötet und danach töte mich GONREL. Keine Ahnung warum. Aber ganz ehrlich, du hattest es auch verdient. Ich hab dir einfach eine Strohflintenladung in den Bauch gehittet und du hast gar keinen Schaden bekommen. Ich hatte Schaden. Richtig. Ja, aber nicht so viel wie es eigentlich bekommen hätte ich. Vinny war mir auch einfach zu subspekt. Ey. Fuck. Ich glaub Vincent hat's aber echt nicht richtig verstanden was abging. Ich lass dich nicht raus. Wir sind mit drei Leuten reingeworfen Vincent. Ich lass dich nicht raus. Ich lass dich nicht raus. Ich schließ dich ab. Ja und? Ich bin Traitor. Ja und? Mann, du bist doof. Ja und? Keiner mag dich. Oh. Alter hinter mir, hinter mir. Niemand mag Golden Toast. Okay, okay, okay. Ja. Ja. Golden Toast? Ist das grad Schleichwerk? Ist das etwa Product Placement? Ich hab grad Gonre getötet. Der hat live getötet. Ey, das muss ich mir fragen, ob die, äh, ob die mich mehr sponsern könnten. Oh. Ja ist so, ob Golden Toast nicht sponsert. Die nach meiner Ufer hat das in dieser Kamera. Du lässt mich sponsern? Ich esse dann immer Golden Toast und da wählen sie in dem Video. Hast du Bock auf ne Party? Hast du Bock auf ne Party nicht? Genau. Sehr leid. Terox, schieß auf mich. Ja, weil ich gesagt hab... Ah, ich hab gesagt gesagt. Also Leute, bis, äh, heute. Bis heute. Bis heute später. Weißt du, das hasse ich. Der ist so unberechenbar, der Typ. Äh. Ich hab ne Nachricht bekommen. Er schießt als Inno. Er schießt als Inno auf andere. Und mein dann... Weil ich gesagt hab, ich soll du so sein. Oh, hier ist ne Leiche. Stop, Rage. Hier ist ne Leiche. Huiiii. Wieder DPC ihn mal bitte, wer auch immer da unten ist. Ich bin zu dämlich. Wer ist grad disconnected, lol? Äh, Gonre? Der hat's noch gesagt, dass er geht. Ah, tschüss Gonre. Guck das hier an. Wer, wer lebt noch? Was? Wer lebt noch? Wer die und... Ich bin irgendwo in nem Tunnel drinnen. Hier ist ein Fahrstuhl. Guckst du mich so an? Ah ne, das ist kein Fahrstuhl. Hast du vor, mich zu töten? Ich bin Detective. Hier, bleib dir zu stehen. Nein, der war der Detective. Äh, der Twitter. Yuen, bleib bitte stehen. Okay. Noi. Okay, warte... Bioazard is Detective. Wo sollen wir denn alle? Wir haben einen Vertrauenstest machen hier. Yuen? Ich bin unten im Keller. Bleib genau so. Fuck, ich hab Feuer geworfen. Ich bin Retard. Komm nicht in den Keller. Biohazard? Oh, war doch halt Feuer. Was kuschelt ihr beiden anderen? Biohazard? Biohazard? Ich fuck mein Feuer ist unsichtbar. Ja, das passiert mir auch immer. Vincent, Vertrauenstest. Hallo? Na? Hey, hier ist ne Leiche. Warum habt ihr den im Hakenkreuz angeordnet? Was? Ich seh's genau. Als ob hier, scheiß Nazis. Ich hab keinen Bock auf einen Rifle. Könnt ihr was mit Hakenkreuz? Toast ist tot. Äh, wie benutzt man den DNA-Scanner eigentlich? Rauchklicken. Rauchklicken, aber der funktioniert nur mit ganz kurzer Zeit nach dem Mord. Vincent, was willst du? Ich glaub Vincent ist es. Kann mal einer den Fahrstuhl runterfahren? Ich bin ja auch. Gut gemacht, Vincent. Alter, wie dumm bist du erst drauf. Vincent kann's nicht gewesen sein, weil Vincent hat mir, ähm, hat einen Traitor getötet. Nachdem er, der mich gekillt hat. Ich will doch mehr kosten in den Räumarschern bekommen. Weil du voll auffällig warst vielleicht? Warum? Weil ich einen Traitor gefunden hab. Es war wirklich ein bisschen auffällig. Du bist die ganze Zeit voll blöd rumgehüpft und hast die ganze Zeit alles versucht auf Vincent zu schieben und er war definitiver Inno. Bitte? Ich hab ein einziges Mal gesagt, dass Vincent es ist. Ja, das war der Auslöser zur Eskalationsphase. Ich wusste ja nicht mal, dass du ihn getötet hast oder so. Das hat er laut genug gesagt. Du hast doch alles gar nicht mitbekommen. Wow, dann bist du echt brutal. Egal. Schon wieder. Ich bin mal, äh, weg für heute. Nein, warum gehen jetzt alle? Nein, 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 nein. Es war, weil, es ist halb zwei und... Ja eben. Es ist ja noch nicht mal große Zeit. Was geht denn? Geh weg Winnie. Lol, was ist das für eine Art? Geh weg Winnie. Cool. Ich dachte, ich wusste jetzt auch noch nichts. Als du erschießt, kannst du mich töten. Okay. Nein, soll ich? Ach, du bist so ein Sohn, Alter. Du bist nicht. Paddy. Paddy, gibst du mir bitte ne Dingens. Ich verfolge jetzt auf Schritt und Tritt. Nein, ich vertraue niemandem. Eddie, gib mir doch einfach nicht die Station. Nope. Dann fick dich. Ich weiß. Was, ich fick dich? Ich weiß? Was? Ich schicke dich. Ich schicke dich. Genau, das habe ich gesagt. Äh, äh, was? Nein. Hä? Was? Bitte was? Ich war die ganze Zeit mit den drei hier zusammen. Ich war die ganze Zeit mit den dreien hier zusammen. Ja, töt' irgendwen. Nein, töt' nicht irgendwen. Töt' nicht irgendwen. Töt' nicht irgendwen. Leit ist alleine runtergefahren. Da unten nicht ne Leiche. Was? Wo? Darf ich jemanden töten? Nein, das ist nicht so. Ich hab' gerade runtergefahren. Ist nicht ne Leiche. Wo denn? Sag mir, wo ich denn die Fizier-Sidee hab. Ah, ich seh sie. Warte, ich seh sie. Die liegt auf der anderen Seite vom Ding. Ja. So, Toast. Und der ist runtergefallen. Guck, guck nach. Daddy. Toast ist runtergefallen. Bitte. Geh doch. Du bist runtergefallen. Du bist einfach eh in Komplett gesprungen. Nein, du bist eh in Komplett gesprungen. Nein, du bist eh in Komplett gesprungen. Nein, ich bin runtergesprungen, weil ich... Äh, Atem, Atem. Du kannst wieder mitmachen. Wir spielen wieder ne Map, die du hast. User left your channel. Genau. Also gleich. Die wird gleich in 6 Sekunden geladen. Okay. Äh, warte. Vincent, Atem, kann man das einspielen, dass... Ist Wessel... Haben wir Wessel? Nein? Was ist Wessel? Okay, ich kenn Wessel nicht. Schade. Das wär geil. Ja, das wär... Sie sind... Sie sind deswegen... Deswegen bräuchte Gary's... Deswegen müssen wir ja praktisch... Den... Die Sachen etwas balancen. Ja, genau. Wir können ja auch den Schaden an sich anpassen. Können wir jetzt mal... Aber ist halt alles nicht passiert. Das habt ihr damals nicht mitbekommen, als wir den Server gemacht haben. Aber da gibt's lauter so Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Und ja... Hauptsache er läuft ja immer wieder... Könnt ihr mir mal jemand sagen, warum wir jetzt Wessel genommen haben, welche Map keiner hat und jeder runterladen muss? Warum haben wir die noch mal genommen? Warte, ich muss die... Ja, das wird nix. Ich hab ja das Ultra-Kack-Internet, ich kann die nicht runterladen. Lass mal... Können wir... Nee, können wir jetzt nicht Force quitten, oder? Mh, mh... Was... Was... Können wir nicht irgendwas... Ey, ich sag die ganze Zeit nicht Wessel, wir wissen nicht was Wessel ist und niemand hört. Wir haben einen Workshop in Lars da, das sind 6 MB. Echt? Ja. Okay, dann quitt ich mir grad aus dem Game, ich... Ich kann dir die Aufnahme laufen lassen. Ich quitt auch grad aus dem Game und lass mir diesen Workshop. Äh, kann man... Kann man den Workshop von In-Game öffnen? Ja, oder? Wär das hier jetzt grad... Moment mal, welche... Wie viele Minuten haben wir denn? Oh ja, das ist grad bei einer Trennung. Äh, dann machen wir hier kurz den Cut, bis gleich. Ja, das ist grad... Ja, das ist grad...